Wurde anmachen jetzt. Ich ziehe ja gar nicht, du ziehst, Junge. Ja? Ja, was hat er? Wenn ich mich umdrehe, schiebe ich. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Kind hat sich das. Gilly, AWM, Grotzer, was hat denn er noch alles? Kann man so ein Ba... Wie kann man so aufgerüstet sein? Alter, Falter. Ist ja. Lacker, Alter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ach, scheiß. Also Miramar liegt bei Buenos Aires, bei den Argentinien ist das. Wo seht ihr das? Ja. Habt euch schlau gemacht, ja? Ja, hier, vorne, zack. Vorne, vorne, okay. Vorne, okay, vorne. Was? Stadt Anfang, fang wann? Also vorne. Äh, welches vorne? Das hintere vorne oder das vordere vorne? Das vordere vorne ist besser. Also da, wo ich markiert habe. Nee, das ist hinten. Achso. Das andere vorne. Ah. Boah, hast du markiert? Hinten du bitte? Nee, gar nicht. Ich dachte, ich bin wieder auf ein offenes Meer hier. Vorsicht, geht. Oh, nein. Was ist jetzt? M24 gefunden? Nee. Ich habe ein R1895 gefunden. Was hast du gefunden? Einen R1895. Was ist denn das? Ach. Ich dachte, du spielst das Spiel schon ewig. Was ist denn das? Was ist denn das? Revolver oder was ist das? Ja. Ja. Wenn das jetzt schon so losgeht, muss ich mir gleich ein, äh, weiß ich nicht. Bacali machen. Bier aufmachen oder so. Ja, auf. Anders hältst du das hier nicht aus. Hör doch mal auf zu saufen. Komm, eingefallen. Die scheiße. Oh, schon wieder ein Karabiner. Ja, bestimmt wieder so ein Eiswürfel auf die Hoden gerutscht. Hoden. Hoden. Aha, er hat Hoden gesagt. Hast du 5 und 6er über? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, ja, mehr oder weniger über, ne? Ich hab 200 Schuss. Ja. Bisschen was haben, klar. Also ich hab 30 Schuss nur. Ja, kannst du mal 5 fahren oder so. Ja, da ist hier was in mir. Boah. Sticken vor Hügel hier. Kein Name, Sau. Ja, aber... Im Gebäude so hoch ist. Guck mal, die so orangenen Hallen. Die haben auch nur... Arrrr, 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 arrrr. Ja. Danke, Kai. Warum gehen wir gerade da hin? Ist da auch was Besonderes? Ja. Ja, das ist ein richtig geiler Lutjunge. Da kriegst du einen Rucksack. Dachte, weil er eine Kreuzung ist. Hey, Jens, Kinder. Hast du dir einen Hund gekauft oder was? Hey, du bist hier Häuser, Mann. Ja? Hast du getrunken? Alter, immer... Fuck. Ah, das ist passiert. Schlaganfall oder was? Fuck. Wer ist unten? Komm, hier kommt man doch auch nach oben oder was? Das ist ein Haufen. Das ist ein Haufen. Das ist ein Haufen. Was? Äh, schon wieder ein Schlaganfall. Ihr müsst's schon mal ziehen, ne? Ich weiß nicht, habt ihr schon getrunken? Ja, am Finger. Ja? Und woran hat's hier liegen? Riecht so ein bisschen. Das ist schon richtig eklig, ne? Hast du das schon mal gemacht? Mit dem Finger in den Arsch gesteckt und dann gerochen? Ja, ne? Äh, nicht wirklich. Ne? Ne. Hältst du Juggi Löw machen, oder was? Ja, ha, 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 ha. Oh, wie. Ja. Kann doch nicht wahr sein, Alter! Eigentlich nicht, ich hasse dieses Spiel. Ihr wisst bloß was anderes hin, ey. Ich hab keinen Bock. Ah boll. Oh, motherfucker! Ha 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 Da kommt keiner mehr Hoffe ich zumindest Jetzt lag nicht, er lag im Busch drinne Ha 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 Jaaa Hm Ja, du weißt, Kobi, jetzt schon kurz geschickt Mensch Nerv mich doch nicht hier Der war schuld. Only you. Was geht? Jackie ist auf die Schlappe getreten. So. So. Die beiden brauchen eine Einladung, weil das wäre jetzt unnütze, wenn ich euch jetzt eine Einladung schicke, oder? Ja, stimmt, der mitte halt nicht. Das wäre ja du. Auuuuuuu! Auuuuuuu! Ausgezeichnet! So. Hey, no more. Und fährst du jetzt zum DJ Bobo-Konzert nächste Woche? Natürlich. Ich auch. Da hab ich erst zwei, drei gebucht. Ach nee, ich kann gar nicht. Nee? Nee, diese Woche war Kelly Family. Tja. Chikindinir. Ach, Kichindinir. Bleib ruhig. GSF Krieb, Junge. Der Krieb. Gibt's den Krieb? Oh, na, wo, na, muss ARF. ARF ARF Hm, stimmt ja mit dir dem nicht. Ja, wir haben schon gekillt. Ich schieße zurück. Ja, dann schieße. Hä? Wieso bin ich erst Rang 2? warum nicht ganz toll gemacht ich habe ein auto gefunden kennt das lied mc hammer natürlich auf der seite sitzen bleibt und da kommen gegner und ich stelle das auto quer und steigt aus und versteckt mich hinterm auto dann stehst du genau auf der falschen seite von den gegnern gleich beschossen ich habe ich habe ein maschinengewehr du nicht wenn du hinten links jetzt sind wir beide in dem auto in deckung aber wo ist jetzt die frage wo vorm baum und hinterm baum guck mal wenn jetzt da vorne auf der straße gegner stehen dann stehe ich das auto so quer und steige aus und stehe gleich hinterm auto ich auch warum das auf der straße auf der straße aber eben hast du doch rechts gesessen ne ich weiß nicht wie das bis zum ersten mal oder was du wirst du verarschst mich heute da Hahahaha Hahahaha Verpistenzone hinterher Drei Runden Er hat ihn weg Ah, das ist ganz schwer Aber nicht, dass du dir auch wieder Geld triffst aus der Mutter wieder hoch Und dir alles ausgedacht, dass du wieder Hände auf hast Hahahaha Ich hab je... das gibt's doch nicht Unser Auto ist kaputt Ehrlich? Ah, das war klar Ah, rein Los weg, zack Der Tür, fix durch, fix durch Ja Gefressen und gefressen werden Tut mir zwar leid, Digga, aber Ich hasse Camper Ich hasse Camper wie die Peste Und dann Und dann Und dann